Schafft was, das gibt's doch nicht. Also wenn hier wer fährt, ist das ja echt ein Lappen. Jo meine karte Freundin, willkommen zu einer Folge GTA 5 mit den Jungs Dobra, Dominik, getrippelte T-Tenetration und Alex. Hallo. Das heißt GTA Online, GTA 5 ist das Singleplayer, Mann. GTA 5 Online ist da. So meine Damen und Herren, wir spielen wieder eine Runde Deadline auf der Map 4. Ja, der Spielmodus funktioniert wie folgt, wir fahren mit dem Motorrad, ziehen eine Linie hinter uns her und die anderen, die in die Linie reinfahren, wir selbst können auch reinfahren, ähm, ja, die werden dann, gute Übertreibung, die werden dann sterben. Fuck it. Hauptsache du hast mich gekötet. Oh, ich bin durchgeschaut. So, es gibt insgesamt, ähm, naja, 5 Runden kann's maximal geben. Es läuft so ab, dass, Digga, Es läuft so ab, dass der Erste, der zwei Runden gewinnt, ähm, dann auch kompletter Gewinner ist. Und ja. Gut, da können die nix machen. Wir haben auch zwei andere Folgen für die anderen beiden, also Domme und, äh, Topra aufgenommen. Es wäre nice, wenn ihr da auch mal vorbeigucken würdet, Leute. Digga, ich würde euch... Oh, schein dumme. Ich würde euch dafür auch allen, äh, einen Euro geben. Und zack. Alle, die bei den anderen in die Kommentare schreiben, Hashtag Potato Army, äh, die kriegen von mir ne, ne 1 Euro Donation via Payphone. Das ist Komi, Alter. Warte, die haben wir auch schon gemacht. Das ist doch richtig dumm eigentlich. Ja gut, wer keine Zuschauer hat, kann sich sowas leisten, ne? Das ist auch 23, ne? Wo zwei kommentieren. Ja, Topra, wie viele Zuschauer hast du? Wie viele Zuschauer haben deine Vlogs? Hm, 3, 4, 5, hä? Ich weiß nicht, so 20 bis 30. Hi. Na, Digga, Topra, weißt du noch, weißt du noch, wer dich damals gepusht hat? Wer hat dich in, wer hat dich in Dominics Projekte mit reingebracht, Digga? Apropos Dominic. Hey, Dominic, wie geht's? Hm, Alex, erzähl mal. Durch wen, durch wen hast du jetzt diese Reichweite, die du heute besitzt? Garantiert nicht durch, ähm, wie hieß der andere? Sorry, meine Mom war grad da. Ja, ja, wie hieß der andere Typ nochmal? Äh, mit dem wir damals Borderlands aufgenommen haben. Vinius! Ja, Vinius, Vinius. Oh, jetzt werde ich Marcel abfangen. Jetzt werde ich ihn abfangen. Ich hasse dich, Mann! Oh, Karami. Alter, ohne Witz, ich fick deine Mutter quer, Junge. Ey. Tschüss, Alex. Tschüss, Alex. Ich bin gegen die Wand gefahren. Hahaha. Oh, Leute, das wird knapp. Wo wird denn das knapp? Ey, du hast fünf Minuten eingestellt. Ja, ist das falsch? Ja, ja. Die Zeit ist viel zu kurz. Oh, kann der eigentlich irgendwas? Ja, guck mal, dann habe ich eine kurze Folge. Die fünf Minuten wären bezogen auf die drei Leben, die man hätte. Aber wir haben ja sechs Leben. Oh, Mann, war das knapp? Schafft er das? Schafft er das? Das gibt's doch nicht. Also, wenn hier wer verheirkt, ist der echt ein Lappen. Ich habe gerade richtig im Kopf, wie Alex nur so ganz fokussiert auf dem Bildschirm geguckt hat. Weil genau das habe ich auch gemacht gerade. Einfach nur richtig konzentriert geguckt. GG. Oh. Scheiße. Ich war gerade tausendlos im Kreis. Oh, leck mich doch. Oh, lol. Ja, wieso Tupac schon wieder so laut, Junge, Dicker? Ich fahr gerade runter, Alter. Da kommt jeder angedüst. Oh, aber das ist knapp. Äh, Dome killen? Nee, kann man vergessen. Oh, oh, das wird knapp. Das wird gut. Das sieht gut aus. Das reicht. Ah, schade. Oh, der Witz, Leute. Der Spielmodus ist übel witzig. Weil man sich auch gegenseitig so abfuckt. Besonders Alex, mich, ja? Gefällt euch das, ja? Uiuiuiui. So. Run, baby. Oh, Leute, ich wollte gerade nicht springen. GG. Was hast du denn? Keine Ahnung. Sie sah sehr cool aus, auf jeden Fall. Oh, Marcel. Oh, Marcel. Hä? Ich bin am anderen Ende der Map. Was willst du von mir? Oh, das war Topra. Ey, Topra. Dörp. Er hat mich mehr gefreut, wer das Muscle wäre. Oh, nein, ich habe gerade Boost angemacht. Ist mir egal, ist mir egal. Nein, ich auch. Ich bin auch gegen die Wand gefahren. Oh, nein. Alle drei gleichzeitig gestorben, Alter. Ich bin gegen die Wand gefahren, weil ich Angst habe, gegen seine Spur zu fahren. Aber dann ist er vorher schon gestorben. Oh, nein. Ja, Alex, das Ding ist, ich habe Boost aktiviert und wollte dann halt einfach in die andere Röhre, um dich abzufangen. Auf einmal kommt der Dom in der kleine Spasten-Zone, weißt du? Und fährt einfach straight gegen die Wand. Ey, Dom, ich liebe dich. Egal, hab ruhig, hab ruhig. Easy. Ich war jetzt im Kreis, dann habe ich gewonnen. Du Hurensohn. Nein, das kannst du nicht tun. Du hast mich gebraucht noch. Gegenseitig. Was? Wirklich? Ich habe gewonnen. Das gibt es nicht, Alter. Ey, Dom, du hättest, glaube ich, gewonnen, weil du mehr Kills hast. Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Fuah, da sind wir wieder. Und, ja, Alex. Fuah am Anfang. Digga, Fuah immer. Fuah immer, Junge. Immer. Fuah geht am Anfang voll auf den Sack. Und wenn man es in jedem Schnitt macht, auch. Deswegen gibt es das nur noch am Ende. Digga, ich habe es jetzt aus Trotz, aus Trotz, mache ich das jetzt jedes Mal, ey. Nur um dich abzufacken, Digga. Um deine Scheiße zu klauen, du Mist, Alter. Wenn man keine eigene Idee hat. Guck mal, Tobra. TeamTobraToffel, ja? Bitte mal alle Hashtag TeamTobraToffel in die Chats, Digga, in die Kommentare. Gibt es nicht mehr. Deine Spur ist genau in mir wiedergekommen, Tobra. LoL. Du hast deine Spur in dir gekommen. Digga, Dominik, habe ich dich getötet? Nein. Aber das war knapp, ne? Das war übelst. Ich bin durch den Boost, bin ich über deine Spur, oder durch deine beiden Spuren durchgeflogen. Tobra, ich bin gefahren. Und genau in der Sekunde kam deine Spur. Geil. Ist sie eingeblendet worden, die war direkt vor mir. Und ich komme gerade noch so weggerenken. Danke, Alex, dass du nicht links rumgefahren bist, Digga. Du hast mich eben schon fast in der Röhre getötet. Jetzt bleibt er fahren und Dominik abfängt. Leck mich doch. Ey, weißt du, ich gehe gar nicht mehr für dich, ne? Und du stirbst trotzdem. LoL. Als ob du nicht bei Marcel reingefahren bist. Ja, es war echt knapp gerade. Jetzt bin ich... Ich bin gefrektet. Da war eine unsichtbare Wand, wirklich. Schön gemacht. Schön gemacht, Dominik. Immer schön auf Alex. Er hat 6 Leben, willst du mich vergasen? Alle auf Alex Alle auf Alex, bitte Ich hab mich eben am Leben gelacht Alle auf Alex Nein, oh mein Gott Nein, ich bin in deine gerutscht Alle auf Alex Ficken Alex, lass mal die Fresse halten, ich hasse kleine Kinder im Teamstreet Ja, Tobra, halt mal die Fresse, Alter Ja, hä? Was? Was? Also ich muss sagen, falls ihr sehen wollt wie ich gewinne, ne, an meine lieben Zuschauer dann guckt doch bitte mal bei Tobra, ne, bei Dominic vorbei Ja, weil, bei Dominic hab ich die Runde gewonnen Ja, geil, geil, erstmal das Ergebnis spoilern damit auch alle echt zugucken Mongo, Alter Du hast jetzt verstanden Du hast YouTube verstanden Digga, Alex, ich hab deine Mutter verstanden also versteh ich alles andere auch Welchen Alex meinst du jetzt? Ich versteh das nicht Alter, hör weiter Tobra Lol Tobra, Digga, was kannst du eigentlich? Nichts grade Weiß nicht, ist nicht meine Runde Du grade, du hast die letzten Rundschuhe Wackert Ich glaub, da wird jemand grad Oh, gefickt Oh, Tobra, du hättest mich so safe killen können, ne? Digga Digga Ich will dich verlieren Nicht, warum nicht? Ich hasse dich Wieso fällst du denn nicht bei mir rein, Digga? Reingefallen Tobra fällt bei sich selbst rein, Digga, was ist los? Tobi Tobi, Hasi Tobra ist reingefallen Hах Ahaha, da war ne Wand Nein, was ich gemacht hab, ich wollte im Kreis fahren hab ich vergessen, dass die Dinge ja nicht direkt weg geh Also ich war das ein bisschen doof Oh, Dominik oh mein Gott, eigentlich war ich mit Domi eben gleich, fuck. Uuuuh. Domi liegt immer richtig knapp, alter. Ich bin glaub ich sogar durchgeflogen, ohne Spaß. Meine Nase juckt auf. Komm stirb. Hä? Hey, mir bist du recht angefahren. Lol. Nö, nö, nö. Ahahahahaha. Ja, wie das ausgesehen hat. Aber ich hab's nur gemacht, um Alex abzufucken. Was ist das Anlieg, ne? Nö. Die wieder in Röhren fahren? Und? Wir müssen so mal den Sieg schreitig machen. Was soll ich dir schreitig machen? Ey, was geht's? Das war so doof von mir. Oh Gott. Oh Gott. Nö. Ne, leider nicht. Oh Gott. Oh, das ist so knapp. Kappa. Alex hat ne Runde gewonnen und Dominik hat ne Runde gewonnen. Oh Gott. Oh. Digga, auf einmal waren da eure beiden Spuren. Ich hab mich voll erschrocken. Ja, Dominik, da hast du gedacht, ne? Du kleiner Wichs-Pimmel-Griffer. Ja, das hat Dominik. Aber Marcel krieg ich noch. Digga, du bist so ohne Missgeburt, Digga. Lass doch nicht, du bist gegen die Wand gefahren und nicht gestorben oder was? Ah, scheiße. Achso, Leuch, ich dachte, du bist gestorben. Scheiße, ich gewinne es noch oder so. Oh, nee, alter. Ey, Dominik stirbt mir zweimal. Glaub nicht. Ja, in 10 Sekunden schafft er das glaube ich nicht. Marcel krieg ich noch. Marcel krieg ich noch. Ja, dich krieg ich echt noch. Nö, ich dreh um, du Hurensohn. Mies. So ne Ficke, man, alter. Zum Schluss noch so knapp gewesen und dann auf einmal sterb ich zweimal wegen so nem verfickten Hurensohn. Pfua, da sind wir wieder. Und weiter geht's, komm. Jetzt werden die Noobs erstmal weggeflankt. Ja, easy. Easy. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ist Tobra AFK? Fährt Tobra überhaupt? Alter, Alter. Digga, Alex. Ah, was? Digga, Tobra, was ist passiert? Was? Bist du an mir vorbei gerutscht? Oder? Ich bin eben nicht reingerutscht. Ich bin eben nicht reingerutscht. Nö, keine Lust. Ganz bestimmt nicht. Ist egal wie Alex so richtig panisch umgedreht hat. Nice. Oh Alex. Oh, da kommt Marcel in die Röhre. Oh, ich dreh schnell um, weil ich ne kleine Muschi bin. Oh. Ah, der stinkt nach Scheiße. Wichser. Mein Boost. Deswegen mag ich dich nicht. Ey, du bist gestorben. Ich dachte, äh, Tobra wär tot. Nein. Loll. Tobra hat sechs Leben. Hashtag Tobra gewinnt. Hashtag Tobra kann nix. Hashtag in den Chat. Oh, jetzt flanke ich dich weg. Außer du fährst in die Röhre. Ah! Ah, vielleicht können wir Dominik zusammenfliegen. Ne, ne? Ne, leider nicht. Ich bin gerade über eure Beine schon drüber geflogen. Ey, Dominik. Fickt euch alle, Digga. Ey, ohne Witz. Was? Was ist denn los hier? Digga, wie ihr beiden hier durch die Gegend fliegt. Ich bin in meine eigene Befurt. Jawoll. Da freut er sich. Ja, Alter. Alter, dein Tod hat mir gerade den Arsch gerettet, Mann. Ich wär fast gegen deine Spur gefahren. Ey, Marcel. Kade. An diesem Balken ist immer so eine unsichtbare Wand und dann sterbe ich immer. Digga, ich hab auf springen gedrückt, Mann! Was soll das nächste Mal sein? Dadurch, dass ich dich jetzt ficken wollte. Ist mir scheißegal, Digga. Hä? Was war das denn? Wöver. Was war das denn? Ja, was bist du denn für einer? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Harambe, 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 Amigos, adios, adios, ahaha, Harambe, Harambe, oh, dieser, wer hat Zeitlupe ange, lol, ahaha, nice, kann nicht gemerkt, kann nicht mehr ausweichen, fuck, lucky, hat sich gesehen, lucky, lucky Luke, ich habe auch schon gesehen auf Boos gedrückt, als ich so stark nach links gelenkt habe, oh Gott, Marcel, was ist denn jetzt los, du rast wieder richtig aus, ich meine, du bist zwar noch immer noch nicht so gut wie ich, aber es ist auch keiner, verdumme, ey, wer hat mein, oh, Topra, ich verabscheue dich, er nimmt immer diesen Zeitdingens, Zeitsprung oder was, ich wollte da gerade hin, warum, ich bin jetzt weggestorben, Leute, wir bist denn du gestorben, ich habe keine Ahnung, ich bin da drüber gesprungen, wenn bin ich tot, dann spring mal nicht drüber, oh, 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 alles klar, ja, ich bin genau am Rand gelandet, du Missgeburt, ah, scheiße, ach, Dominik ist raus, ah, ah, äh, loser, lol, die haben voll geteamt, das geht gar nicht, ja, die haben geteamt, wen soll ich kicken, Digga, Dominik, ich schwöre dir, ich bann sie alle, ja, wer denn, wer denn, Digga, ich bann sie, ich schwöre dir, mich, okay, Ich bin gerade aufgekommen, wie soll ich ihn da weglenken, du Mistgeburtmann. Ah, du Fickfotzen Figaro, Alter. Ohne willst du Flatterfotze. Würden einige Leute jetzt sagen hier. Alter, ich gegen Touro Bravina, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Das hast du noch nie gesehen, Digga. Ja, stimmt. Wobei war das nicht in der ersten Runde sogar? Nee, sowas geht nicht. In einer Runde war's mal, ja. Nee, das geht nicht, Digga, das geht nicht. Das gibt's nicht. Topra, Digga, jetzt mach ihn doch tot. Oh, Alter, war das knapp. Das war so knapp. Hält dir fast über dem Hinterrad die Fresse poliert. Das war geplant, Digga. Digga, das war gar nix, Junge. Komm, go Alex, go Alex, go Alex. Ah, nee. Topra, 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 Topra. Topra, Topra, Topra. Amigos, adios. Pass auf, Alex, er kommt, er kommt. Ah, tot. Wie das aussah. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Digga, spielst du mit Maus in Tastatur? Ja, klar. Digga, was bist du denn für ein ekelhafter Hunger? Ich hab noch einen Mongo. Jetzt echt? Ja, klar. Ey, Topra, weil ich schon weiß, dass ich gewonnen habe. Oh, ich hab ne Käsehre gehabt, das ist ganz doof. Oh, da hat er erst mal 50.000 verschenkt. Auf, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Ich hab bei Dominik vorbei, da hab ich vielleicht gewonnen. Wer weiß, guckt vielleicht mal. Vielleicht. Darf ich. Halt die Fresse, ja Krishna is... Krishna with Mini-Penis heißt er auf Pornhub. So, falls ihr mehr GTA sehen wollt, Daumen nach oben. und dieses Video übrigens eine Grüße raus an Philipp, der wollte nämlich unbedingt unbedingt immer mal GTA sehen. In dem Sinne haut rein, bis zum nächsten Mal. Pua! Pua!